In der letzten Folge haben wir ein bisschen was an diesem Häusel weitergebaut. Wir haben die Treppenstufen gesetzt, wo sind wir denn? Da sind wir. Und uns überlegt, wie wir das Ganze mit diesen, nicht mit den Bricks, sondern mit denen machen. Die können wir mal aus deren Händen tun, weil die wollen wir gar nicht haben. So, wir können jetzt eigentlich theoretisch gesehen schon sagen, zack, zack, wir setzen hier schon mal die ganzen Blöcke weiter rum, zack. Dann sieht das nämlich auch schon nach viel Fortschritt aus, obwohl wir wenig gemacht haben. Weil, wenn wir jetzt nämlich hier hingehen, können wir nämlich ganz einfach sagen, wir machen das so, wir machen das so, wir machen das so und wir machen das so. Dann hätten wir diese Teile, diese Zwischenblöcke, diese Teile hier schon mal vollgesetzt, genau. So, so, so und so, nicht den. Der ist zu viel da am Platz. Dann hier so, zack, zack. Wunderschön. Das ist wunder, wunder, wunderschön. Das gefällt mir richtig gut. So, dann hätten wir das. Jetzt ist die Frage, how to do with this in the middle, in this place here. So, weil hier müssen wir nämlich dann tatsächlich sowas machen. Und hier ist dann die Frage, warte mal, wir spiegeln das jetzt gerade mal ganz kurz, um das einfach, da einfach kiteshalber so zu machen. Da könnte man das theoretisch gesehen so gestalten. Ja, das, guck doch mal, sieht doch schon schnieke aus. Das sieht doch schon schnieke aus. Jetzt haben wir von den Blöcken nichts mehr da. Das heißt, wir müssen mal kurz, ja, die nehmen wir mal mit. Die Stairs, ich meine Blackstone, müssen wir jetzt immer noch farmen, glaube ich. Ich glaube, dafür können wir noch keine, noch keine, äh, automatische Farm bauen. Aber, das ist ja auch egal. So, dann haben wir das Ganze hier, da, äh, nicht da, sondern da. Zack. Dann gehen wir das da, 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 da und da und, und die sind da, aber andere müssen wir da sogar schon durch sein. Und, äh, eine Rakete, brauchen wir mal kurz. So. Gehen wir mal kurz gucken, äh, noch ein bisschen weiterfliegen. So, wunderschön, da ist sogar noch dicks. Zack, 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 so, wunderschön. Zack. So, ein Skidshot gemacht, hoffentlich. Und, äh, so sieht das Ganze dann nahe aus, wenn man das da macht. So, wie hatten wir das denn hier gemacht? Wir hatten hier tatsächlich keine Blumen. Wir hatten hier einfach nur Falltreppen, Falltüren, äh, diese Treppe ausgemacht. Die Frage ist jetzt, welche Falltreppen würden denn dahin passen? Also, so Oak, ja, weiß ich nicht. Birke. Ja, ne, Birke, das ist weiß. Also, wir wollen ja nicht zwei Akazien, wären auch, also wir wollen es ja schon ein bisschen Dschungel. Ach, ne Dschungel. Haben wir Dschungel-Gedöns ist schon gemacht. Wie sehen die eigentlich aus? Haben wir Dschungel-Lock überhaupt da? Wir haben Dschungel-Lock tatsächlich da. Dann können wir mal Dschungel-Lock machen und dann können wir dann Treptors machen. Die sehen schon so ein bisschen schnieker aus. Also, haben wir die hier in der Nähe gehabt? Nö. Das heißt, wir machen das tatsächlich so, sodass sie auseinander sind. Wir haben das bei den anderen gemacht, die irgendeine Textruhe haben. Ja, also die haben wir auseinander. Okay, dann machen wir das tatsächlich so. Dann machen wir das tatsächlich so. Jetzt müssten wir nur mal auf das Schafsgehege. Dann nur mal auf das Schafsgehege, so wunderschön. Zack, und dann können wir das machen. Wunderschön. So, jetzt haben wir nur nicht genug Jungle-Gedöns ist gemacht. Müssen wir noch ein paar mehr machen. Ist ja auch nicht schlimm. Gehen wir nochmal ein Stack einfach voll machen. Oder haben wir welche hier? Nee, wenn dann... Wenn dann müssten sie hier sein. Jungle, also sechs Stück haben wir noch. Die werden halt nicht reichen. Das heißt, wir nehmen nochmal einen halben Stack. Und, äh, machen hier nochmal ein bisschen an Jungle-Trip aus. Irgendwann werden wir ein bisschen noch gebrauchen, wahrscheinlich. Zack, und dann regnet es auch noch. Hier, was soll das? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Zack, zack. Wunderschön. Da brauchen wir noch eine Tür. Und eine Tür machen wir aus Birkenholz. Wenn wir nicht schon eine haben. Nö. Birkenholztüren haben wir nicht. Wir haben auch... Doch, wir müssen Birkenholz hier haben. Doch, wir haben sogar eine Birkenholztür. Wir brauchen aber zwei. Ne, warte mal, das war schon. Zack. So, wir brauchen noch eine Birkenholztür. Das heißt, sechs Stück. Die brauchen wir noch. Zack, und dann... Ne, warte mal. Das und... Das mal da hin. Ja, das machen wir schon. Das ist gut. Und dann hätten wir nämlich hier das Ding hier. Wir müssen halt jetzt gucken... Hier fehlt ein bisschen Licht, dass wir hier... Nachher wissen wir... Zwei Fackeln, das brauchen wir auch gar nicht. Das ist auch zu viel, zu viel. So, wie hatten wir denn, äh... Da haben wir es nicht genauso gemacht. Das ist gut. Ja, der Regen ist ein bisschen ätzend. Wir haben mit denen... Wir haben einfach nur eine zweite Tür gemacht. Das müssen wir entscheiden. Also wir reißen dann nachher das Fenster... Das Fenster reißen wir dann nachher ein, wenn wir... Wenn wir wissen, wo, was und wie hinkommen. Nach dem Mangrove... Könnten wir Eiche... Warte mal, hier könnte... Ja, doch, hier könnte Eiche Eicheln. Weil da ist nicht eine direkte Verbindung. Jungle sähe, glaube ich, zu ähnlich aus mit dem Mangrovenholz. Kann das sein? Jungle Lock sieht aus wie... Mangrovenholz. Also wir können auch Spruce nehmen. Warte mal, Spruce haben wir da. Ne, das können wir nicht nehmen. Also bleibt uns nur noch... Das, äh... Warte mal, Akazien haben wir auch direkt in Anbindung. Also bleibt uns noch... Warte mal, Oaks... Birke... Warte mal, warum haben wir da mit Birke? Was haben wir denn noch für Holz? Äh... Gut. Wir können wieder gucken. Also wir haben... Was sind das? Eiche haben wir... Wir hätten... Wie heißen die denn? Stripped. Wenn wir jetzt einfach mal... Wir gucken einfach mal nach Stripped. Was haben wir da? Dann haben wir Dark Oak. Wir hätten Dark Oak. Warte mal, das ist Spruce, ne? Dark Oak. Wollen wir denn? Dark Oak? Haben wir überhaupt irgendwo Dark Oak? Ist das Dark Oak? Das ist Dark Oak, ja. Das ist Dark Oak Oak. Also wir können tatsächlich nochmal Dark Oak nehmen. Das heißt, wir haben uns entschieden, wir nehmen Dark Oak für das Eckhaus. Dark Oak Lock, ich glaube, wir wollen sogar nur 32, ich weiß es nicht. So, und zwar hier. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei und vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei und vier. So, guck mal genau zu rund 30 Stück, wie ich es geraten habe. So, Dark Oak, oh Gott, Dark Oak können wir auch hier wieder reinschmeißen. Zack, zack. So, was machen wir weiter? Was machen wir weiter? Wir überlegen uns in der nächsten Folge, nee, warte mal, wir könnten Smooth Sensor, was gibt es denn noch für Blöcke? Also, da müssen wir uns mal überlegen, was wir dann noch für Blöcke, also was es so allgemein gibt, was man tatsächlich noch nehmen kann. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es hoffentlich ein bisschen weniger regnet und das Ganze weiter geht hier. Bis zur nächsten Folge, nicht einschalten, einschalten nicht vergessen und abonnieren nicht vergessen. Dankeschön und tschüss.